Therapie-Stunde, Notfeuchter-Fähn Heute das Tages-Thema Wie bekämpft man innere Unruhe? Gar nicht. Also ich würde sagen, man nimmt einen Ball erstmal rein und überlegt erstmal, ob man sich jetzt weiter reinschneidet oder nicht. Zweitens, man muss sich auch noch eine Ball rein, um erstmal Hunger zu holen. Da kann man sich hinsetzen bei einer schöner Tasse Tee, entweder bei einer Lasagne, Pizzaspezial, Käsewürstchen und dazu ein Kiwi-Appes-Aft von Netto. Mua, alle Karten gehen. Kannst immer essen, egal welcher Zuschauer du bist. Ich sag ja einfach nur eins und das ist das wahre Leben weiter. Rett weiter, ja. Ich sag aber so, ich bleibe mit ihm gerne. Und das kannst immer essen. Und das war's. Mit Feuchtiges Psychologie-Stunde. Wie Fisch.